Hallo Leute, eine kleine Information vom Intro, und zwar ist mir in dieser Aufnahme ein bisschen was Doofes passiert, und zwar habe ich den Ingame-Sund vergessen aufzunehmen. Ich habe jetzt einfach random Musik drunter geschnitten, natürlich schon passend, also vom Game. Übrigens 666 ist da, er wollte sich auch kurz melden. Ich habe einfach dann Musik drunter geschnitten, dass man da wenigstens irgendwas hat, wo so wichtig ist jetzt der Ingame-Sund ja nicht. Ich hoffe, ihr könnt mir danach vollziehen. Ist lange nicht mehr passiert, ist jetzt seit lange mal wieder passiert. Und naja, ich wünsche euch trotzdem jetzt viel Spaß mit der Folge, und ich hoffe, ihr könnt mir verzeihen. Ja, viel Spaß jetzt mit dem Intro und der Folge. Tschüss. Willst du noch was sagen? Dann. Okay. Ich hausse dich. So, den Schrank stellen wir hier hin. Ich habe irgendwie Angst, dass es hier irgendwann zu dunkel wird. Wir müssen ein paar Kerzen aufstellen. Wir müssen Torches schüsseln, Leute. Wir schüsseln Torches. Ja, wir brauchen dringendlich. Das ist die große Frage, kann man das an die Decke hängen? Ja, dann halt so, ne? Habe ich hier noch ein paar Torches im Invental gehabt? Ich sehe, nein. Halt doch. Eine andere. Wow. Ach stimmt, ich stehe euch an den Tisch. Ja, gerade so ist es ein bisschen verwundert. Übrigens wundervolle Erdnermusik. Halt bleibt hier. Wo ihr Glühbirnen spenden, den Lichter. Na, hier. Und dann. Alter, der Bär sieht gruselig aus, wenn der... Ach, weil das die Planks sind. Können wir die hier hinhängen? Nee. Hä, woher kommt das denn? Von oben, oder? Egal. Oder von draußen. Ja, wir brauchen unsere... Dings wieder. Wie ich das mit dem hoch und runter mache, weiß ich tatsächlich auch noch nicht so richtig. Ja, wir haben ja noch nicht so richtig keine Angebrachte. Das ist draußen einfach dunkel. Ja, keine Ahnung. Sterb. Sterb, du Opfer! So, dann machen wir doch mal ein bisschen weiter. Ein bisschen weiter, ein bisschen weiter. Ich muss echt gar nicht hinhängen. Nein. Nein. So, dann machen wir nicht so richtig. eine gute trifft man im moment das wollte ich gar nicht so träume ich doch nicht aber dann habe ich das ja das kriegt man alles hin das ist das gute an der säge die ist einfach awesome wurscht ich lasse sie einfach immer trappen ja doch 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 wir machen den bisschen größer so dicker könnten die mal ihre fresse halten wird es wieder irgendwo gedroppt und hatte ich jetzt einfach nicht hier sind noch welche das sind wieder vorstehen ach wegen der die kommen schon woanders hin wo werden wir noch sind aber es dass mich in den schrank hier machen der schrank ist wichtig frank der schrank ja ich habe gerade tatsächlich frank der schrank gesagt auch konzentriert so carpenters garagentor brauchen wir weil dieses ding hilft was braucht wir brauchen irgendwas von carpenters was sich verbinden aber garagentor wird zu groß sein das wird so die sache sein wir probieren sie noch mal ach so da kann man dann okay 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 ich denke es wird doch funktionieren gut der schrank geht dann hat ein bisschen komisch auf aber es ist ein besonderer schrank okay 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 ich habe ihn generell eins zu lang gemacht oder eins zu kurz kann man jetzt sehen wie man will lol die lama es funktioniert ja bei dings gar nicht so jetzt machen wir dann mal hier den dritten hin halt so und dann können wir hier nämlich dann dementsprechend ihn richtig machen hier genau 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 so gibt mir das hier nochmal so ist ein bisschen unordinärer schrank aber hey es ist ein schrank punkt aus natürlich so dünn wie möglich ich hoffe die kriegen wir jetzt da rein na ja moment warte mach mal seins höher gut das ist der dings da und so wird das ein bisschen ärgerlich ob wir da noch was rein stellen mal gucken was sich finden lässt bei deko kraft und so aus mich raus ach eins länger geht nicht weil wegen carpenters wegen der raschende ne jo aber alter es nervt stop it so was stellen wir denn da rein können wir uns da irgendwas geht das ich hab voll Bock da ein rubikskip reinzustellen keine ahnung mal ah der ist ja so wenig das wird ja wohl gehen also wenn der nicht geht äh leute ach er geht ja gut wir können da nichts reinstellen weil das alles battles sind das wie es eventuell gehen könnte tschüss lass mal was probieren vor allem nicht beim gleis so da ging es ja dann ne warum nicht ne der kraft und das ne aber das ist scheiße ne das ist scheppig das machen wir nicht das machen sie nicht das funktioniert ja trotzdem nicht gescheit das machen wir nicht das lassen wir ah natürlich ist das carpenters ja natürlich ist das jetzt mit kaputt gegangen mein das lied ist gut aber es ist laut egal mal da dann da dann da dann da dann da dann so da dann haben wir den carpenters bittepi 1, 2 und 3. Es sieht jetzt vielleicht mehr aus wie eine Garage, aber es soll ein Schrank sein. Können wir hier oben den Rubik's Cube vielleicht draufstellen? Nein, gut, dann leck mich. Ich muss was essen, ich habe Hunger. Der Hunger ist so groß, ohne Spinne. Immer noch Hunger, immer noch Hunger. Ah, ein Skelett. Nicht ganz so nahhaft, leider. Ah, Creeper, die schmecken gut. Aber ich habe sie nicht. Sie hat dich, so. Lecker, lecker, dacker, schmecker. So. Was braucht denn ein Wohnzimmer noch? Wir haben jetzt nur einen Schrank, wir haben einen Sofa, wir haben einen Fernseher. Die Ecke hier ist ein bisschen leer. Boah, ich hätte mir energy drink noch holen sollen. Ich bin natürlich noch zur Tonke fahren, aber wirklich fahren. Ich wollte meine Mutter, dann bin ich jetzt wieder schön. Ah. Ich brauche was, um was zu trinken. Und ja, ich habe eine Wasser-Mineral-Wasser-Flaschen-Kiste. Mineral-Wasser-Flaschen-Kiste. Was ein Wort. Immer im Zimmer stehen. Nein, ich werde es hier euch nicht zeigen. Was ist fucking heiß hier? Ich könnte das Fenster machen, aber dann kommen Viecher rein. Ich könnte es natürlich auch YOLO sagen. Juppi nicht, aber... Wir haben das schon gelogen. Ähm. In der Ecke hier muss noch was. Was binden Dekocraft noch so an? Wir werden sowas von einem fucking Piano da reinstehen. Haben wir noch Clayton? Haben wir noch den Let's Clay? Wir haben nichts mehr von Let's Clay. Haben wir noch was von Let's Clay zu Hause? Ich war erst der Witz der Schlechten, den werden die wenigsten verstehen, aber... Wir brauchen Clay. Clay, die Clay, Clay. Clay, der Clay, 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 der Clay. Clay, der Clay. Clay, der Clay, 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 der Clay. Clay, der Clay. Clay, der Clay. Clay, der Clay, 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 Clayton. Clay, Clayton. Kann man da irgendwie nochmal ein Clay draus machen? Segment oder so? Oder von mir so Lois-Melter? Nee. Uff. Ja, dann müssen wir wohl Clay suchen. Clay! Hey! Rosenrot reicht hier aktuell, Gott sei Dank, noch. Hier ist doch bestimmt irgendwo was. Hier ist Sand, Gravel. Das hört dann entweder auf meinem Grundstück oder irgendwo außer, aber nicht auf Grundstücken von anderen. Ah, da haben wir Clay. Ich brauche alles an Clay, was ich kriegen kann. Ich brauche Clay. Clay für dich und mich. Clay, 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 Clay Jetzt juckt es mich am... Äh... Eihm! Am... Eihm! 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 DOOM! Clooooi! Clooooi! Wie viel haben wir denn jetzt? Nimm mal zwei... das reicht nicht lange! Das wird nicht lange reichen!